Alright, es geht weiter. Maya-Kampagne. Mission 2. Ich glaub, das war... Okay, nee. Es gibt eine, wo man Kills sammeln muss. Ich glaub, das ist aber ruhig erst Mission 3 dann wahrscheinlich. So, wir müssen... Das sieht aus, als hätten wir hier einen schönen Weg. Und hier die Wüste. Die Frage ist halt, ist hier Schnee oder nicht? Produzieren sie reichlich... Was? Legen sie Wert auf eine große Mana-Produktion und nutzen sie die Zaubersprüche ihrer Priester. Produzieren sie reichlich Brot und beliefern sie damit auch ihre Goldminen. Was? Ist das jetzt hier so eine Karte, wo es keinen Fisch gibt? Doch, es gibt Fisch, aber es gibt nur in diesem... Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Wow, und es gibt... Es gibt... Es gibt Krähe. Aber richtig viele. Krass. Ähm. Oh ja, das ist einiges, was wir haben. Aber wir starten auf jeden Fall schon mal mit einer Mana-Produktion. Wir starten mit zwei von denen. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Wie viele... Ach, wir haben wieder nur die, äh, die, die, die Dings. Die, äh, die, äh, die entsprechenden Siedler. Okay, sechs Holzfäller können wir abbauen. Dann tun wir das doch mal. Aber wir brauchen auch auf jeden Fall irgendwo... So, und dann hier und hier. So, wo sind unsere Geologen? Wir haben 15 Stück. Ach, du Kacke. So, und hier expandieren wir ein Stück. Das ist jetzt der Wikinger-Magier noch mal ganz viel Wildweiber gezaubert. Ja. Aber ganz viel. Ähm. So, pass auf, weil dann machen wir nämlich, wenn wir hier sowieso sicher sind. Jetzt nehmen wir einfach alle anderen Türme ab. Das Ding ist, wir starten mit vielen Siedlern, aber ohne Häuser. Das heißt, wir haben sehr viele Betten als, äh, Grundpolster schon. Sollen wir recht sein. Aber, einfach dieser, diese Idee. Okay, wir machen, wir nehmen Brot für unsere, für unsere, äh, Goldminen. Was haben die denn bitte geraucht? So, die Wasserwerke laufen schon mal durch. Das ist okay. Haben wir freie Planierer. Auf jeden Fall sind die Jäger schon mal fertig. Das ist gut. Mann, wir haben hier auch noch, sogar noch Fisch rumliegen. So, auf jeden Fall machen wir eine Steinmine. Wir wollen eine Eisenmine. Gold wäre gut. Finden wir hoffentlich gleich. 1,8, 2,7. 1,8 mal 6. 1,10,2. 1,8, 10,2. Ne, 10,8 so rum. 10,8 müssten es sein. Ja, 10,8. Das heißt, wir brauchen 4 von denen. Und dann 2 von den, äh... Ja, 2 von den kleinen Tempeln. So, die stehen. Vargas, wo ist Gold? Herkam質. 10,8. Ja, 10,8. 5,波oll. 2,0. 1,8. 9,ted었다. Ja, 10,й. 5,波oll. 5,波oll. 6,波oll. 5,波oll. 5,波oll. 6,波oll. 7,波olls. 5,波oll. 7,波oll. 6,波oll. Da war eine Schwefelmine, jawohl, am besten würde ich selber da bauen wo auch Schwefel ist. Wir brauchen auf jeden Fall ein Holzlager und ein Steinlager kann direkt daneben. Bitte auf Eisenschilder, was? Es ist Ketzerei. Sonst braucht man doch immer Eisenminen auf Steinschilder. Was? Sprich für dich selbst. Ähm. Ich meine, wir haben sogar ein paar. Super. Äh, das ist aber auch jetzt blöd mit den Bogenschützen. Lager fertiggestellt. Juhu, bauen wir doch mal hier das. Wir bauen gerade einfach zu viel. Wer sind denn so viele Rehe hat? Ich weiß nicht, ob das bei den ersten beiden Maya Missionen auf jeden Fall ist es so, dass das an bestimmten Orten am Anfang der Wildzauber angewandelt wird und mit Ubo ist das natürlich dann massiv OP. Wenn du den halt dreimal auf eine Stelle anwendest. Ich meine, ich finde es cool, aber ich finde dann hätten es halt noch mehr drauf gehen müssen, dass... So, warum ist hier Fisch drin? Wenn sie unbedingt wollen, dass man Gold mit Brot durchfüttert, wieso ist dann hier Fisch drin? Das hätte nicht sein müssen. Ähm, aber goldtechnisch sieht es nicht so geil aus. Müssen wir etwa auf, äh, auf Holz gehen? Kann das sein? Ähm, wenn doch Holz zu Gold kann man sich ja sogar leisten mit Ubo, aber... ich sehe noch kein Gold hier, macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, und zwei Hammer bräuchte ich, weil ich glaube Schmieden habe ich mir wahrscheinlich wieder nur einen, oder? Ja, du findest keine Bodenschätze mehr oder bist unterversorgt, dann friss mal bitte nicht unseren Fleisch weg. Panejagoa, danke fürs Prime Abo. Das hilft sehr weiter. Wo ist denn jetzt Sägewerker, Bergmann, Bäcker, Müller, Fischer, Jäger, Schmied. Wir haben keinen Schmied. Wir starten einfach mit keinem Schmied, das ist auch nett. Vielleicht da drüben? Kann das sein? Ach, hier haben wir auch noch. Kann das auch mal erledigen, also wegen dem Abo. Das lässt es klingen, als wäre es, äh, ja, eine Last. So, ihr dürft auch gerne deinen schon mal liefern. Mana kommt schon mal rein. Hai Banderdecken, willkommen zum Stream. Oh, ich sehe schon. Es wird, ähm, steintechnisch ein bisschen eng, aber ich ganz ehrlich, wir haben so viel Stein hier in den Bergen. Aber ich meine, es war ja von Goldminen die Rede. Aber es war auch davon die Rede, dass wir unsere Zauber einsetzen sollen. Es wird ja wohl nicht der Fruchtbarkeitszauber gemerkt sein. Äh, wer ist der Feind? Ich glaube, Römer. Also, wahrscheinlich. Ich gehe stark davon aus. Moment. Easy Karte, easy sind die alle. Also, ihr habt noch keine von den, äh, äh, von den große Feldzügelkarten gesehen. Wobei, doch, Schwierigkeit ist normal. Ich wollte schon sagen, wir haben es von auf normal gestellt. Ich hab dran gedacht. Sehr gut. Ähm, ich würde sogar behaupten, wir könnten wahrscheinlich noch mit einer dritten hier durchkommen. Ist ja viel Wüste da. Viel Würste. Mhm. Also, ich glaube Würste haben... Gut, wir haben hier viel Rehwurst, aber... Hilfe. Was ist denn... Boah. Ey. Ey. Also, hier ist schon mal kein Gold. Soll ich das jetzt cool finden, oder was? Was? Das kann's doch nicht sein. Also, bevor die jetzt aber ewig weit weg laufen, machen wir hier mal einen Fleischlager. Und hier ein Fischlager. Und hier ein Fischlager. Und ein Lager für Tequila und für Bäcker. Psyche Pompos, ist das richtig? Danke fürs T1-Abo. Nice. Und hi Morbus Willi, willkommen zum Stream. Haben wir schon wieder keine Äxte? Ah. Ah. Oh, hier ist Gold. Was ist jetzt noch her? Ja, gut. Ich glaube, die allermeisten Leute wissen nicht mal, dass es diese Karte gibt, weil das eine von den Community Pack Karten ist. Äh, ich sehe gerade, wir haben ja einiges an L2ern hier. Die können wir ja mal befördern. Wo wir hier irgendwie die ganze Zeit mit unseren Billo-Soldaten hier was machen müssen. Wo kommt der arme Schwertkämpfer? Wo kommt dann endlich seinen Turm? Ja. Mensch. Ich weiß gerade nicht, wie groß die Reichweite von dem, äh, von dem Förderungszauber ist. Okay, doch scheint ordentlich zu sein. Ja. Gibt es überhaupt noch welche hier? Okay, es sind nicht so viele. Dann können wir nämlich auch die zweite Burg bauen und dann passt das hier. Ähm. So. Ihr seid auch durch. Und hier. So. Dann bauen wir mal ein paar große Wohnhäuser. so. Aber wo ist denn hier Gold? Jetzt mal ganz ehrlich. Aber ein Zielobjekt? Egal welches. Aber mit welchem Gold denn? Das geht doch nicht. Ich kann höchstens vielleicht versuchen, äh, hier Holz umzuwandeln. Ja, ich sehe nämlich schon. Es läuft nämlich wieder voll. Äh, nein. Komm, der Jäger muss halt wirklich einfach nur vor die Tür gehen und kann blind schießen und trifft trotzdem einfach irgendwas. Das ist doch ein Traum. Du brauchst ja gar keine Fleischproduktion. Ne, auf diesen Karten, also beim letzten Mal, das war total überflüssig, sowas zu bauen. Was wir dafür mal bauen, ist doppelte Brotproduktion. Einfach, weil wir es können. Also ich, ja, wobei auch ohne Uwe, wenn das vier bis acht, äh, mal pro Zauber und dann dreimal an jedem Ort. Also ich glaube, Fleischhälschenspiel, wir brauchen ja, das ist ja alles hier mit Metzl vorkommen. Also wir bräuchten eh nicht viel an, äh, an Schwefelminen. Nicht an Schwefelminen, an Eisenminen. Ist schon ein Jäger, easy. Wobei Fischer, naja, würde ich jetzt nicht so sagen. Aber wo ist denn hier das Gold? Das Gegner-Töten, dann kriegst du anscheinend ein bisschen Gold und Fisch. Das wäre ein bisschen komisch. Es gibt nur... Der Name ist so lang, dass das Spiel nicht damit klarkommt, aber ich glaube, das könnte eine HD-Patch-Geschichte sein. Ich trau mich letztendlich nur grad nicht hier auf, äh, Druck zu drücken, weil, äh, ne, auf Rollen, weil das kann das Spiel zum Abstürzen bringen, leider. Aber wo ist denn hier Gold? So, wir machen auch mal, komm, wir machen auch mal 15% Blaswohre. Ähm, falsch. Wir ziehen das bitte von den, äh, von dem Bogen ab. Das Ding ist, mit Obo kannst du halt auch einfach sagen, wir, wir wandeln, äh, wandeln, äh, Holz um und gut ist, aber das geht ja mit, äh, geht ja in Vanilla auch nicht. Da bist du besser dran, wenn du den, äh, den, äh, Geschenkzauber spammst. Ähm, so, ihr guckt mal hier drüben, ist da vielleicht Gold? Ganz gut, wenn die Geologenstädter nicht verschwinden. Ja, inzwischen muss ich sagen, also früher hab ich gesagt, hä, aber jetzt inzwischen muss ich auch sagen, es wäre cooler, wenn die einfach halten würden. Es wirkt sowieso ziemlich random, wann die verschwinden, wie die verschwinden. Abstimmung, wo drüber? Also ich entscheide das ja nicht. Okay, für Fisch ist gesorgt, würde ich mal behaupten. Jo, das ist okay. Das können wir auch befüllen. Kannst du mal bitte ein Video drüber machen, wann die Schilder verschwinden. Ich überlege ein Video drüber zu, äh, also ob sich das so ein Video drüber zu machen, in welcher, äh, äh, Weise die KI cheatet. Aber das wäre dann wahrscheinlich, also wenn ich's beweisen kann, ich wüsste, wie ich's beweisen kann, aber ich hab's noch nicht getestet, äh, wie gesagt, beim Thema Magie. Ansonsten eigentlich, würde ich sagen, fast nur dunkles Volk. Und halt, dass die KI immer in der Lage ist, Türme zu finden. Aber, jo, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht mal direkt als Stieten auslegen. Es ist einfach nur, dass sie es halt weiß. S3 KI hat MapHack. Ja, also hat S4 KI halt ein bisschen, sei es aber auch, weil die KI weiß halt erstmal immer alles. Aber ich glaub, die, ich glaub am meisten cheatet halt wirklich das dunkle Volk, was halt einfach dadurch bedingt ist, dass das dunkle Volk kaum funktionierende Spielmechaniken hat. Okay, er ist anschein, der ist anscheinend jetzt, anscheinend ist das Re getötet worden, äh, was er erlegen wollte. Nee. Hä? Also ich weiß, dass Jäger in der Lage, also ich bin beziehungsweise, dass Jäger in der Lage sind, ihr Wild sogar außerhalb der Grenzen zu verfolgen. Also daran kann's eigentlich nicht liegen. Oder at Um, vielleicht liegt es an, dass er wirklich jetzt keinen Weg gefunden hat. Wow, 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 wow. Stop, 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 stop. Ähm, nein, 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 nein. Neeeeeeeeeeeeen. Aber es sind alles Scherties, ne? Das sind alles Schwertis. Umso viele Hauptmänner. Die kommen uns leise angeschlichen. Ja, im Moment irgendwie schon. Okay, hat er gerade den Zauber auf nichts angewandt? Wendet er gerade den Zauber auf eine Siedler an? Nee, der versucht, die Hauptmänner einzuverleiben. Was macht ihr? Warum lauft ihr dahin? Okay, aber die meisten eurer Soldaten können jetzt nichts ausrichten. Wie sieht es jetzt priestertechnisch aus? Sechs Stück. Ja gut, die hier können ja auch jetzt mal umgewandelt werden. Aber wo ist denn... Wo ist denn jetzt das Gold? Gold? Wo? Wo Gold? Wo Gold? Nein, Blaswurtschützen kann ich jetzt schlecht schicken, um das zu besetzen. Wo Gold? Gold war eine Lüge. Seit wann gibt's Gold? Okay, aus irgendeinem Grund ist Stein gerade ein Problem, warum ist, okay wir kommen anscheinend mit der Weizenproduktion nicht hinterher, strange. Also hier, hier war jetzt erstmal nichts. Also wen seid ihr happy, aber hier ist, hier ist nirgendwo Gold. Das ist doch nicht die Möglichkeit hier. Ist da ne Aufgabe? Ne. Wir sollen einfach nur die feindliche Basis zerstören. Vor allem hat der auch einfach 700 Soldaten, also ich marschiere da nicht mal eben so rein. Man marschiert nicht einfach nach Mordor. Ähm, ja unsere, unsere Pios müssen wir auch mal gucken, was wir mit denen machen. Ah, dann brauchen wir unbedingt noch mehr Mana. Verdoppelt mir mal eben die Mana Produktion einfach so. Das hier ist also ne Karte, wo man eigentlich einen Brunnen bräuchte. Und vor allem, es müsste eigentlich auch voll das Ding der Mayas sein, weil die Mayas keinen, nicht wirklich einen Fluss hatten auf ihrer Halbinsel. Und die Fluss hast du auch nicht. Ne, hier nur. Wir können auch Mana nicht unbegrenzt hoch skalieren. So, hier unten ist noch Küste. Da könnte man vielleicht noch Fisch. Aber wie gesagt, sie sagen noch in den Tipps, beliefern sie ihre Goldminen mit Brot. Und ich denke mir so, ähm, nein. Erstmal müsste ich Goldminen haben. Heute noch weiter rechts im Blauland. Wenn ich das Blauland angreife, werden die mich wahrscheinlich auseinandernehmen. Und vor allem, hier ist auf dem Berg ist aber erstmal einfach gar nichts. Ach hallo, da seid ihr ja wieder. Nächster Angriff geskriptet. Vor allem, wenn man sehr viele Schwertis hieß. Und so riesig ist die Karte gar nicht. Also es ist nicht so, als würden die einfach nur ihre, würden die einfach nur so weit marschieren, dass die Schwertis einfach einen richtigen Vorsprung aufbauen. Das müssen wir schnell erobern. Zumindest unsere Blasrohr schützen ja jetzt relativ effektiv gegen Schwertkies. Also das sollte eigentlich ganz gut gehen. Und wenn sie bekehrt werden, dann kriegt der Gegner nur Medics raus. Aber der Schildzauber haut natürlich jetzt dadurch auch verstärkt rein. Schützt Schild vor der, vor der, äh, ne. Ich wollte schon sagen, Schild schützt nicht. Es sieht so aus, als würde Schild vor, äh, Einfrieren schützen. Aber es liegt nur daran, dass der, dass die beiden Effekte nicht gleichzeitig gerendert werden. Das Traurige ist das Original, äh, von Ich bin bei Schäfe kennen die Leute gar nicht. Der Schild hält länger. Mit Ubo? Ja. Ich glaube 30 Sekunden oder so, wenn nicht sogar 40. Ich weiß leider nicht, was jetzt die, äh, was die endgültige Geschichte war. Und die Ubo-Texte haben wir leider noch nicht in-game. Abgesehen davon, dass ich jetzt kein Römer spiele. Das ist ja auch noch so eine andere Sache. Die Texte sind alle gemacht. Aber noch haben wir bei Settlers United nicht die Möglichkeit, dass wir zur Runtime die Texte austauschen können. Deswegen sind immer noch nur die verbesserten Vanillatexte eingestellt. Die Texte sind alle gemacht. Die Texte sind alle gemacht. Na komm, macht mal hier irgendwie eine Grenze. Das Ding ist, dass wir halt auch als Maya keinen wirklichen Offensivzauber haben, den wir hier einsetzen könnten. Oder auch wirklich einen Defensivzauber. Aber Schützenstrafen, wir haben ja gesehen, wie viele Bogis dabei waren. Und ich habe auch das Gefühl, die KI hat mal wieder 150% Kampfkraft. Bei der letzten Karte war es auf jeden Fall so. Hier ist nichts. Hier ist kein Gold. Hier ist kein gar nichts. Ich verstehe aber auch nicht, wo ich noch suchen soll. Unsere Waffenproduktion ist jetzt, finde ich, auch noch nicht so berauschend. Fürstindebar soll ich viel geben, wenn ich nicht meine Waffenproduktion kann. Ich hoffe, ich hoffe, ich weiß, noch nie. ich honourастиā zu Besuchenden. Ich werde auch nur bei einer Schässe, da die Karte reinden. Ich verstehe mich sonst hier wieder. Ich verstehe. Ne, hier auf der Ecke ist nichts. Wo soll ich denn noch suchen, verdammt? Ich will noch einfach, dann siehst du es doch. Ja, mhm. Okay, und jetzt, ja, jetzt geht es nämlich los. Jetzt haben wir nicht genug Wasser. Ja, jetzt geht es weiter. Ich meine, ich finde es cool, dass ihr Holz zu Gold mal zum Einsatz kommt, aber vielleicht nicht unbedingt auf einer Karte, wo auch Flüsse so rar sind. Vielleicht sollten wir aber auch mal gerade mehr Schaufler und so einstellen. Ich werde die Geologen singen. So welches Schauheitsfälle hat sie jetzt nichts mehr gefunden? Wahrscheinlich alle. Die Ruhe vor dem Sturm, ja gut, die Angriffe sind auch alle gescriptet und werden wahrscheinlich auch nicht stärker. Ja, wir haben einfach massive Agaven-Überprodukte, weil wir einfach, wir kriegen, wir haben nicht genug Wasser. Wir haben einfach so lange Laufstrecken hier. Okay, danke. So, ihr geht einen Umweg. Skriptkai ist so lange, weil die anderen kommen jetzt mit 4,50, ja. Angriffe werden aber anscheinend größer. Ne, das ist genauso groß wie vorhin. Aber vor allem, so viel Brot können die doch meine Minen gar nicht verbrauchen. Turm erobern, das hilft. Mhm. So, wenn sie jetzt an dem Turm bleiben würden und sich da von den Blasrohren beschießen lassen, das wäre toll. Okay. Die Schwertkämpfe überleben das Grundsatz. nicht helfen die zusätzlichen wasserwerke Frage möchte ich jetzt einfach nur wissen und zwar wenn ich jetzt hier versuche die Steine wegzuzahlen mit dem Wüstenzauber mache ich dann auch den Fluss kaputt hier ist kein Gold der Turm ja der muss ja noch fertig werden es fehlt ein Hammer Hammer hast du doch wie kam man eigentlich auf die Idee als Mapper also generell als Entwickler zu sagen Bäume die auf Berg stehen können nicht gefällt werden sie können nicht auf natürlichem Wege dort gepflanzt werden aber wieso interessiert das den Holzfäller der andere den die gerade angegriffen haben hast du den voll gemacht hä? die haben keinen anderen angegriffen der hier den haben sie vorhin versucht zu snacken und hier den Turm habe ich abgerissen nachdem er besetzt war ansonsten habe ich keine Turme ne hier ist nichts zu machen das wäre ja auch zu schön gewesen da müsste man jetzt den Source Code haben ja aber den wird ja Ubisoft mit ins Grab nehmen und da Ubisoft ja auch kein Interesse daran hat ein richtiges Siedler zu entwickeln würde es wohl kurz lang drauf hinauslaufen müssen dass ein geistiger Nachfolger kommt von Siedler 4 und 5 äh 4 und äh 3 und 4 so weil selber noch kein Gold wir werden den kaufen einfach Ubisoft Ubisoft müssen wir nicht kaufen aber die Rechte am Siedler Franchise die können wir den gerne abkaufen vielleicht sollte ich das als Patreon-Stretch-Goal machen vielleicht vielleicht nutzen dann auch Leute mal Patreon so ich weiß dass Spirit of the Law hat das so als Witz als Patreon-Ziel über einer Million Dollar im Monat kauft er die Rechte äh Age of Empires Franchise und dann können sie alle Änderungen machen die sie machen wollen das ist halt aber auch das Ding so die ganzen Rechte an den ganzen IPs wenn er wechseln halt auch nicht den Besitzer weil es einfach man kann einfach auf den Sachen sitzen bleiben was ich bis heute nicht verstehe wieso kriegt man Fleisch wenn man Jäger abreißt wenn er mindestens einmal gejagt hat kriegst du ein Fleisch wieder das ist etwas das kommuniziert das Spiel so überhaupt nicht weil der besten Siedler-Spieler in Deutschland anschreibt ne Heno hilft bestimmt mit ja würde er bestimmt also ganz ehrlich wenn ich ein Crowdfunding-Projekt für einen Siedler-Nachfolger also was auch wirklich versucht das Spielgefühl von damals einzufangen und die ganze Thematik hier so dann würde ich Heno auf jeden Fall irgendwie versuchen ins Boot zu holen einfach also Gronkh auch und halt hier Maurice Weber natürlich auch weil wenn du selbst wenn du einen von denen hast die dir irgendwie so ein bisschen den Rücken stärken dann kriegst du einfach auch schon so viel an Aufmerksamkeit da drauf und davon lebt Crowdfunding ja na stimmt eine Blasrohrschützen sind ja jetzt sogar noch ein bisschen stärker weil sie jetzt die Gesundheit von Schwertkämpfern haben oh 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 okay der Turm ist gerettet aber das ist ein bisschen uncool aber ich habe das Gefühl die Angriffe werden schon wieder seltener was ich ein bisschen nervig finde ist dass man Soldaten nicht außerhalb der Reihenfolge rauskriegt aus den Türmen ich will eigentlich nur die beiden raus haben die verletzt sind dass ich die heilen kann macht der Blitz aber auch im Turmschaden nein es gab tatsächlich wohl mal in den grünen Spielversionen einen Bug wodurch Soldaten in Türmen bekehrt werden konnten ich frage mich wie das ausgesehen hat manchmal frage ich mich ob ich nicht mal einfach die ganzen Originalversionen von Siedler so direkt nach den nach den Release der ganzen Addons einfach mal installieren müsste und gucken was für interessante Spielverhaltensweisen es da so gibt ich meine es unsere Verlustung Kreative ist gerade erscheint nicht im Chat weil sonst Flüsse hier ist Fluss vergiss Gold da ist Fluss oh je wie kommen wir da hin ich bin mal gespannt ob das zeitlich hinhaut heute zwei Missionen zu machen wir können aber einfach keine Soldatenanzahl hier aufbauen weil wir einfach wir haben kein Gold das geht nicht wir können wahrscheinlich macht es inzwischen auch Sinn es macht wahrscheinlich Sinn inzwischen auf zehner Platz für drei Dutzend Wasserwerke wo hier die sind aber dann ewig weit weg und vor allem langsam kriegen wir den Wassermangel auch unter Kontrolle ich wohne da ja auch ein Flusspferd ich meine Nessie sieht man ja gelegentlich im Spiel ähm passt auf ich gehe mal auf L2 ja runter weil ich glaube inzwischen ist der Beförderungszauber günstiger als äh als Dings als äh als Gold zu zaubern müssen aber trotzdem noch einmal Gold zaubern für Dings für die L2 jetzt sag nicht hier sind Flüsse und wir können sie nicht nutzen weil sie so beschissen platziert sind Spiel das kannst du mir nicht antun Trollbeid mal wieder weg das sind ja nicht mal Bluebyte Karten das ist es ja das sind User Karten meinst du nicht dass Bluebyte hier überall Metzelberge hin machen würde mehr Destin nee ich muss ja erstmal die ich bin ja schon froh wenn ich die hier mal dazu kriege durchzulaufen im Moment sind wir einfach durch das Wasser gebottelneckt was man auch erstmal schaffen muss ja jetzt steht da langsam mal Wasser rum da bin ich auch im Moment mal ganz froh drüber ich meine mit 20 Mana pro Minute sogar ein bisschen mehr boom wenn keine Steine mehr ja ist ja okay sie haben gerade den was sie haben gerade den hundertsten Gegner vernichtet dafür gewähre ich die versprochene Hilfe was aber was ist da passiert hat jemand aufgepasst passiert das nochmal wenn wir den wenn wir nochmal 200 besiegen das kam einfach 1 2 was 4 mindestens 4 mal die Nachricht welche Hilfe das frage ich mich auch ja was haben wir denn dafür bekommen also ich meine es zentriert sich hier hin aber Waren ja hoffentlich nicht hier Leute ihr könnt nicht einfach irgendwo Waren hinpacken ihr müsst schon irgendwo Waren hinpacken wo die Leute nicht was hinbauen passt auf das Problem ist dass hier unten ist ja hier läuft die KI ja so durch aber wenn wir vielleicht uns ein bisschen hier rumschlängeln und dann unsere Blasrohrschützen uns mal nehmen 31 yo so knische Soldaten irgendwo eine Herzattacke so weil vielleicht können wir das ein bisschen provozieren 900 wir müssen die dezimieren das geht nicht da kommen sie wieder so jetzt müssen wir drauf gucken ob da irgendwas passiert ähm warte ihr wollt gerade nach da unten das ist nicht gut oder das ist nicht gut das ist nicht gut aber das ist nicht gut So, lauft mal hier in den Wald. So, Stellung halten. Oh, da kommen noch mehr. Oh, 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 fad. Vielen Dank. Oh, es sind ein paar mehr. Aber wenn sie hier durchkommen, ist das gut, weil jetzt müssten sie eigentlich ja schon anfangen, zumindest ein paar von den Baustellen hier zu meiden. Ja, dauert mir jedes Mal meine ganzen Soldaten weg und ich kann nicht nachproduzieren, also nicht ordentlich. Also bei der Karte frage ich mich, also ich meine, mit Uwo ist die halt noch machbar, finde ich, aber ich weiß halt nicht, ob ich die für ein normales Spiel empfehlen kann. 200 Gegner vernichtet. Versprochene Hilfe, aber was für Hilfe? Hä, wo Hilfe? Was soll denn da passieren? So, Bann. You're banned. Oder auch nicht. Ähm, Moment. Ich gucke jetzt mal kurz in das Skript rein. Ich will wissen, was da passieren soll. Blockiere ich da irgendwas, weil ich da einfach eine Agavenfarm hingebaut habe? Und das Spiel weist ja auch nicht in irgendeiner Weise drauf hin. Maya 2. Function Attack. Okay, Angriffe sollten jetzt nur noch so alle halbe Stunde passieren. Raise Roman Spell Special. Warte. Okay. Das ist total irreführend, dass das Spiel uns hierhin zeigt. Was? Hier, guck. Die machen Rohstoffe. Warte. Wetten, da ist das Gold drin. Da ist das Gold drin, oder? Und wenn wir Gegner töten, dann macht das Spiel uns nämlich hier Rohstoffe auffrischen und zum Teil auch den Fischzauber von den Römern. Wobei das bei, äh, das wusste wahrscheinlich der Mepper nicht, dass das bei Flüssen nichts bringt. Ach, Leute. Jetzt lasst ihr euch hier abschießen, oder wie? Neue Blasrohre sind hierfür eigentlich ziemlich geil. Vor allem jetzt halt mit, äh, halt mit Ubo, aber... Das Gold war die ganze Zeit unter unserer Nase, ne? Aber weil mich da, das, das Ding ist, ich hab das hier vor lauter Blumen und Steinen, hab ich das hier gar nicht als, äh, als Gebirge wahrgenommen. Da, hier ist Gold. Und das wird gelegentlich aufgefrischt durch die, durch die Zauber. Und ich glaub, das geht dann, äh, in hunderter Schritten bis 500, dann 750, dann bei 1000. Das Gebirge hab ich schon gesehen, aber ich hab's halt wirklich halt einfach nur als Blockade wahrgenommen. Stell dir vor, du spielst zwei Stunden und machst das einfach ohne Gold. So. Und dann sagt uns das Spiel auch noch, wir sollen das mit Brot beliefern. Und jetzt haben wir einfach so viel von dem, von den, äh, so genau, dezimiert die mal schön. Wie viele, wie viele Diebe sind jetzt hier? Drei. Einer geht noch. So, und sorgt dafür, dass wir, dass wir, äh, Spitzhacken haben, bitte. Erwerben mich, keine. Aber will ich, werde die bitte schon mal mit Fisch. Weißt du, wir suchen uns dumm und dämlich. Ist der Fokus vielleicht auf die Stelle gesetzt, oder was hast du gemacht? Hä? Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Welchen Fokus? Map in unserer Zeitstunde ohne, 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 dieses Bild unten links her, das ist das Beobachtungsfenster. Das kannst du hinsetzen, wo du möchtest. So, dann bringt mal bitte das ganze Zeug, äh, unter Kontrolle hier. Wir bauen einfach mal ein paar Häuser random hier, weil wir sowieso nichts anderes hier hinbauen können. Und jetzt ist das, was wir machen. Also, wir wollen ja mal ein paar Mal. Was war das denn da von Anfang an? Ja, es gibt gar keine Möglichkeit, Gebirge im Nachhinein hinzuzufügen. Ich finde es schon clever, so ein Gebirge speziell zu machen und dann zu sagen, man macht da gelegentlich ein Römerzauber drauf. Also in der Hinsicht sind die Karten schon kreativ. Wie gesagt, die wussten wahrscheinlich einfach nur nicht, dass der Fischzauber nicht auf Flüssen funktioniert, aber ich war ja auch der Erste, der sowas überhaupt erst getestet hat. So, jetzt laufen nämlich auch unsere Goldschmelzen und damit ist das jetzt hier auch kein Thema mehr. Mal sagen, wir haben einfach ein bisschen Kampfkraft hier. So, werden unsere Soldaten überhaupt erreicht? Also gefühlt sind das schon mal wesentlich schwächere Gegner. Also die L3 erscheinen wir schon mal gut auszufiltern. Also die L3 erscheinen wir schon mal. Drei unser als der Gegner. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob es nur das Gebirge ist oder ob es auch andere sind. Aber anscheinend wurde der Zauber gespammt. Was stabilitätstechnisch übrigens auch nicht gerade ideal ist. Okay, zweite Kaserne. Mit der zusätzlichen Kampfkraft sollten ja auch unsere Blasrohrschützen deutlich weniger Stress haben. Ich meine, wann haben die den ersten Tick, wenn sie zwölf Staaten als Base haben? Müssen sie ja eigentlich schon bald auf 13 hochgegangen sein. Aber ich habe das Gefühl, es unterdrückt ihre Soldatenproduktion schon mal ganz gut. So, wir müssen eigentlich auch gleich schon auf 114 Damage hochgehen. Ja, habe ich mal erwähnt, dass man eigentlich mal die ganzen Geräusche neu remixen müsste. Also von der Lautstärke her. Das Ding ist, dass halt die Hälfte der, dass halt irgendwie diese, die Datei, die das steuert, irgendwie nichts tut. Also mir ist nichts in den Tests, die ich gemacht habe. Ich wollte eigentlich mal alle Sounddateien versuchen durchzugehen. Und dann mal eine Konfigurationsdatei zu machen, die die ganzen Sachen mal in ein ordentliches Verhältnis zueinander setzt. Weil die Möwen sind ja zum Beispiel ziemlich laut. Und ich finde, dafür sind so Sachen wie die Kampf-Sounds viel zu leise. Und viele Sachen hört man auch gar nicht, wenn man nicht die Lautstärke hier richtig hoch einstellt. Und dann hörst du halt wirklich alles. Ja, und die zum Beispiel Geologen sind einfach viel zu laut. Schokobananen, was? Hä? Esse ich gerade. Oh, lecker. Sie haben den 300. Gegner vernichtet. Sogar schon 500 Kills. 500, ja, hier. Aber das hat er dafür sogar nur einmal getriggert. Also so ganz, äh... Und genau, ich glaube, Träger soll ich dabei auch bekommen. Ich hab ja nicht erst gesagt, hey, krieg ich nur Träger? Und dann hab ich gesehen, dass halt auch die ganzen Zauber da ausgelöst werden. Das ist ewig lang in dem Skript. Huch, nein. Wollte ich doch gar nicht. Tragende Grundstelle der Gesellschaft, was? Die werden hier gerade gebaut. So, langsam müsste es auf 15 Damage hochgegangen sein. 729. Wir sind halt immer noch massiv unterlegen. Wir produzieren halt immer noch viel zu wenig. Aber das Ding ist, dass wir das ganz... Das Ding ist, dass die Lager auch voll sind. So, ganz ehrlich. Das Lager machen wir jetzt mal nur exklusiv für Gold. Aber dann können auch mal die Dinger durchlaufen. 127 Prozent. Haben wir irgendwo einen... Ja, hier. Aber ich versuche nochmal ein bisschen links zu kriegen. Ein bisschen Grenzberührung. Wir wären schon so viel weiter, wenn wir von vornherein das sie genutzt hätten. Aber nein. Musste ja blind auf beiden Augen sein. So, ich gehe auch so langsam mal auf volle Schwerte-Produktion. Wenn ich sage, dass die Federn die Farbe wechseln. Ja du, das ist halt ein Bug. Der auch irgendwie anscheinend in die Animation halt eingebacken ist. Also die Textur wechselt, glaube ich, halt wirklich die Farbe. So. 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 So langsam müsste man aber gleich mal hier für ein paar Rohstofflager sorgen. Wie sieht es landtechnisch aus? Wir kontrollieren einfach ein Drittel der Karte. So langsam müsste man hier für ein Drittel der Karte. So langsam müsste man hier für ein Drittel der Karte. So langsam muss ich sagen. sind. Habe ich auch sogar ein Video zu. Aber ich finde, man muss halt schon, also ich finde, man erkennt es halt wirklich nur, weil man sehr, sehr genau hinsieht. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der Boost nicht vielleicht sogar noch ein bisschen spürbarer sein könnte. Bewegungsgeschwindigkeit von Siedlern ändern fände ich tatsächlich auch generell recht spannend zu können. Auch allein schon für Testzwecke. Meine Überlegung, die ich halt im Moment habe, ist, ob es den Blasrohrschützen noch ein bisschen helfen würde, wenn sie mit der Geschwindigkeit von Schwertkämpfern laufen würden. Okay, jetzt laufen sie hier durch. Ah, hier sind wir noch ein bisschen zu stabil hier. So, inzwischen müsstet ihr auch 16 Damage sein. Auf den Schwertkämpfern ist mir gleich egal, welches Level. Ja. Sonst könnten sie auch gar nicht miteinander Schritt halten. Ansonsten alle anderen Einheiten teilen sich so viel, ich weiß auch, ein Bewegungstempo. Nur Schwertkämpfer sind halt ein bisschen schneller. Und ich finde halt, wäre halt cool, wenn Blasrohrschützen und vielleicht auch Sannis halt mit Schwertkämpfertempo laufen würden. Also die leichteren Einheiten. Dann hättest du halt noch Axtkämpfer und Rucksackkatapultisten auf Bogenschützen und Speed. Abgesehen davon hast du halt auch noch die ganzen Spezialisten und so. Also die Begrade. Die müssen ja halt auch langsamer sein als Schwertkämpfer. Sonst gäbe es keine Einheit, die sie einholen könnte. Also das, das die Verkaufnahmen abblüren. Und ich mache das nicht ganz ein, was знckt. Alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 37%. 37%. 38%. 41%. 42%. 42%. 42%. 42%. 43%. 43%. 44%. 44%. 45%. 45%. 46%. Ach, Mist. Ja, wir können uns nicht zu weit über die Grenze wagen. Der Pflanzenzauber ist auch so sinnvoll. Ja. Der macht ja jetzt mit Ubo Instant Wachstum. In einem riesigen Radius. Aber es ist halt trotzdem total useless. Das Video habe ich gesehen. Ja gut, das ist aber halt auch zur Vanilla-Version. So, das zählt nicht als Kill, by the way. Weil sie sind nicht tot, sie sind ja nur Schmetterlinge. Ja, aber so langsam kann man mal den Angriff übergehen. Ja, ich bin natürlich auch mit dem Angriff. Also, ich kann es noch mal aus. Ja, ich kann es noch mal aus. Ja, ich kann es noch mal aus. Ja, ich kann es noch mal aus. Angenehm anders zu wählen. Ja, extrem. Also das alleine ist es schon wert, mit Zettlers-Fenited zu spielen, finde ich. Wobei die Debatten da ja auch teilweise ein bisschen lächerlich wurden. Wobei bei Siedler 3 wird es noch lächerlicher. Wobei bei Siedler 3 wird es noch ein bisschen lächerlicher. Wobei bei Siedler 3 wird es noch einfacher. Nein, so massieren, aber sowas von. Oh, hallo, Kaserne. Die snacken wir doch mal gerne weg. 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 Hoch. Okay. Hier oben haben sie meine Truppen jetzt wegrasiert. Okay, ja, wir sind jetzt, würde ich sagen, mal haushoch überlegen. Okay, ja, wir sind jetzt. So, einmal die Verletzten bitte zur Seite. Noch eine Kaserne. Oha, ein unbesetzter großer Turm. Oha, ein unbesetzter großer Turm. Oha, ich würde sagen, das hier haben wir. Da ist Gold, ja. Ist natürlich klar, dass die KI Gold hat. Okay. 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 Und hier ist auch Flusswasser. Das ist auch die ganze Zeit, du hast es nur nicht finden wollen. Was heißt nicht finden wollen? Ich habe alles abgesucht, bis auf das hier. Wie gesagt, diese Streifen, das sind für mich keine Gebirge. Das ist für mich einfach nur, damit man da kein Wasserwerk baut. Ich habe ja gesagt, dass der Angriff das bessere ist. Ja, jetzt. 54% der Karte einfach. Wenn sie irgendwo eine Burg hingepackt hätten, die man erobern kann, wo man dann gesagt hat, okay, ist jetzt gut. 1250, also es gibt halt, es geht noch weiter. Okay. Ich habe eigentlich dem Skript entnommen, dass es nur bis 1000 geht. Weil die haben für jeden Meilenstein extra das gescriptet, statt irgendwie mit Variablen zu arbeiten. Ich habe mich interessiert, ob jetzt gab es in der Kartenbeschreibung irgendwie eine Referenz, dass es so eine Mechanik gibt. Das Beste war auch die Karte zu machen, dass ich kurz erobern auch die kleinen Inseln. Ja, das habe ich ja tatsächlich extra rausgenommen. Also auf der Karte genügt es jetzt, die Römer zu besiegen. Ich habe einfach diesen All-Land-Explore-Check ausgeklammert. Weil ganz ehrlich, wenn du die Römer besiegt hast, hast du die Karte gewonnen. Also wer die Karte mit Z-Less-Eventage spielt, darf mir dankbar sein. Also es müsste zumindest, wenn nicht schon wieder irgendwie eine Änderung verloren gegangen ist, aber... Ich meine, das müsste geändert sein. Ich habe mich nicht mehr als die Karte mit Z-Less-Eventage spielt, aber ich habe es nicht mehr als die Karte mit Z-Less-Eventage spielt. Ich habe meine, die Karte mit Z-Less-Eventage spielt. Also ich habe es nicht mehr als die Karte mit Z-Less-Eventage spielt. wahrscheinlich hat er die irgendwo da auf einem hauschen stehen so wie die fall die köcher von den bogenschützen ja auch unbegrenzt sind das oder er reißt den turm einfach stück für stück ab wenn er genug steine wirft ist der turm weg am ende ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, was macht ihr denn? Deine Träger jetzt klauen da gar die Sachen, sollen sie ja auch Warte, Moment, ist das ein L oder ist das ein L? Linus? Ist das richtig? Danke fürs Prime-Abo Heißt nicht, du musst nur 6 Festo einnehmen? Das ist Mission 1, wir sind in Mission 2 Und Abschlussfeuerwerk Jetzt hast du genug geholfen und Wasserzugang, genau Aber jetzt möchte ich mal kurz wissen War da irgendwo in der Missionsbeschreibung Irgendeine Anspiel Jetzt ist das Spiel abgestürzt Verlässt die Mission, Spiel stürzt ab Kennt man ja Hallo, United Bitte neues Spiel starten So, jetzt möchte ich es aber wissen Okay, ja Ja, es ist in der Missionsbeschreibung Referenziert, clever Ich hätte es vielleicht eher hier reingepackt Aber was soll dieser Tipp? Produzieren sie Brot und beliefern sie damit auch ihre Goldminen Warum? Der Fisch hat locker gereicht Der Fisch hat locker gereicht Und vor allem, wie gesagt Der Fischtrauber funktioniert bei Flussfeldern nicht Also ich meine, wir können ja nochmal gerade in den Autosave reingucken Aber ich glaube, wir hatten keine Probleme mit Ja, hier, direkt vorm Save Hier, es lag alles voll mit Fisch Gut, hier, die Fische haben glaube ich nichts mehr gefunden Aber es lag noch alles voll mit Fisch Also, das hat gereicht Und ja, gut Am Ende hier Vor allem hätte man wahrscheinlich eher noch hier zu denen, oder? Ne, die Küsten sind voller Riffe Da kann man nicht fischen Okay, schade Dann Würde ich mal sagen Zeit für Mission 3 Ja Vernichten sie 700 spanische Soldaten Und erhöhen sie ihre Kampfkraft 150 Aber wir dürfen nicht selber zu viele Verluste hinnehmen Also Ach, das ist die Karte, wo wir so komisch hier eingeengt sind Maximal 1300 Sieht fast aus Wie die Würste da, genau Ja So Ist das wieder so eine Mission Ja, wir haben wieder nur Dings So Direkt auf Der feindlichen Boden besiegen zu wollen Ist sinnlos Das habe ich auch kapiert Aber theoretisch müssen wir dann nur an einer Stelle Irgendeine Verteidigungsstellung haben Und Da die KI durchlaufen lassen Wenn ich das richtig verstehe Mit anderen Worten Und das hier schon mal nicht Aber ein Aussichtsturm wäre dann gut Armstorms Das ist Minecraft Habe ich das nicht sogar gemacht, dass man da was angeben muss? Ich habe jetzt nur mit rausgefunden Wie man Punkte refundet Also Keine Panik Steht nicht dabei Doch, steht da Man muss halt nur mal das komplette Ding lesen Okay Hier sind Esel von uns anscheinend Ist es mir wichtig das Beste im Game? Wir haben So, pass auf, sollen wir die Geschenke, lass mal direkt ein Geschenk investieren. Oh, Hammer, sehr gut. Gibt es eigentlich ein Esellimit, wahrscheinlich zusammen mit den Siedlern. Oh, Hammer, sehr gut. Okay, und hier haben wir schon keine... Für Steine haben wir keine Metzl-Vorgaben gekriegt. Dankeschön. Hier gab es wieder Dings, wieder Dings, hier Wild, Wildzauber, Totenton. Wir sind jetzt von den beiden in Spanien ab. Beide. Wir sind jetzt von den beiden in Spanien ab. Dankeschön. Okay. Genau. Okay. 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 Wir sind wieder in Spanien. Ich bin wieder in Spanien. Untertitelung des ZDF, 2020 Hello on Edge Burst, welcome to the stream! Ja genau, pack den Stein noch da hin. Ja genau, pack den Stein. So, wir haben nur... oh, wir haben sogar drei Sägewerke, alles klar. Ja genau, pack den Stein. Okay, der Turm ist wirklich ne Schwäche. Uh, the GOG version of Settlers 4 doesn't support United though. So, no HD patch and the like. I'm playing the history edition with the United patch. Okay. Okay. Should've properly invested in... in some stone. Not sure if that stone mine will be enough. Ah, Pioniere wären auch gut. Aber so spendierfreudig war die Karte dann doch nicht. Halt natürlich... Ich könnte aber zumindest, äh... So, ich könnte aber zumindest die Stream-Info aktualisieren, dass wir jetzt bei Mission 3 sind. ... Mhm. Sägewerb Michigan Sägewerb USA Na wei, wir bauen immer die Bleibten nah beieinander. Es fehlt ein Hammer. Ähm, so und zwei Karle Tempel. Ähm... Ähm, so und zwei Karle Tempel. Okay, Lager ist gleich soweit. Das heißt, die Waffenschmieden laufen auch nicht voll. Die Goldschmelzen sind schon vollgelaufen. So, wir müssen auf jeden Fall dann auch in Dings investieren. In, ähm... In Kampfkraft. Aber da wir verteidigen, ist das sowieso sinnvoll. Aber wir müssen es ja halt auch fürs Ziel machen. Ähm... So, okay, die produzieren gut. Und... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zurück musst du keine Eselsucht mehr bauen. Wozu auch? so mana produktion das ist sogar schon komplett versorgt das ist nice ist auch gleich komplett versorgt natürlich werden die tempel natürlich wieder zuerst gebaut es ist auch so ein grundgesetz die schlussgebäude werden immer zuerst gebaut selbst wenn man sie zuletzt setzt wieso sollte es auch anders sein ja richtig also es wäre ja komisch wenn man zuerst die destillen und dann die tempel bauen würde murphys gesetz in die märz gesetz ist was anderes zu mir außer du definierst es so dass es dann schief geht am jetzt schon am anfang richtig weil wenn man hier so viel bild hat es gibt wahrscheinlich auch ein film der so heißt so 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 So, ich hätte nichts dagegen, wenn langsam mal die Burg fertig würde. Frage, ist, hat die KI hier auch so absurde Kampfkraft? So, gleich können wir Steintuch zaubern und dann sollte sich das mit dem Stein noch hoffentlich erledigt haben. Mit dem Angriff des Steinfluchs wird das alles schon in Ordnung kommen. Der letzte Stein kommt auch immer zu spät. Aber ganz ehrlich, die Burg ist funktionsfähig. Dieses Ding da oben braucht doch kein Mensch. Erstens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, Siedler kommen raus, das ist soweit. Ja, ich fände es gut, wenn wir hier das mal langsam fertig bekämen. Komm, wieso haben wir kein Holz? Wir haben hier ein komplettes Dingsvollholz. Baut das Ding mal bitte. Okay, das war jetzt ein bisschen gerastet. So, für Siedler ist erstmal gesorgt. Wir haben nicht genug Kohle. Ja, wir haben unser Brot schon verbraucht, ne? Oh Mann. Ja, dann bringt mal vorläufig auch Fisch zu den Kohleminen, dass das weiterlaufen kann. Für Yippie müssten wir eigentlich mal einen Soundbite machen. So ein Audio-Alarm. Warum wird diese Baustelle hier nicht beliefert? Da machen wir es halt so. Wie könnte ich durch das Wasser laufen? Hä? Wie könnte ich da durchlaufen? Aber er ist doch auch hier hingekommen. Das Wasser, da werden die Füße nass. Was? 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 Das ergibt gar keinen Sinn, was du schläfst. Nassere Füße kann man vergessen. Oh, hallo. Da kommen ja schon die Ersten. Wollt ihr euch nicht vielleicht mal bewegen? Weil es nur so eine Idee... So, Steine, Gold, Waffen. Irgendwie mangelt das nie an Eisen. Es mangelt immer noch an Kohle. Hoch, warte. Okay, wenn das nicht geht, dann müssen wir es halt so machen. Okay. Aber ganz ehrlich, warum will hier niemand hingehen? Diese Baustelle wird komplett ignoriert. Ich bin wirklich gespannt, ob diese Baustelle irgendwann nochmal gebaut wird. Wir lassen die jetzt einfach so. Die können einfach noch nicht hinlaufen. Ja, aber warum? Und warum? Er kommt doch da hin. Hä? Der ist ja... Tatsache, der ist hier lang gelaufen. Aber das ist doch nur Fluss. Das ist doch nur Fluss. Erzählt doch nicht. Das ist doch nur ganz normaler Fluss. Als ob... Hä? Seit wann können die denn nicht über zwei breite Flüsse durchlaufen? Aber hier, die schöpfen Wasser da raus. Das sind Flussfelder. Hier, er kann doch bis da reinlaufen. Wtf. Hoch. Tschüss, Geologe. Wer ist Meeresrauschen zu hören? Das sind Fluss... Flussfelder mischt mit Seefeldern. Was soll ich denn sagen? Weil normalerweise Flussfelder sind ja, auch wenn man sie stakt, ja normalerweise eigentlich, äh... Passierbar. Okay. Ja, sie hier reinzusetzen war ein bisschen uncool. So, Lazarett sollte uns helfen, unsere Verluste gering zu halten, was ja auch wichtig ist. Und dann... Wollen wir gleich uns mal damit beschäftigen, dass wir... Für... Dings bekommen. Ähm... Hab ich das... Ich hab das doch vorhin geändert. Hä? Echt jetzt? Die zählen das hier als eigenen Eko-Sektor. Das hier ist ein eigener Eko-Sektor für die. Deshalb hat er das hier nicht geändert. Fick dich, Spiel. Egal, wir haben jetzt Brot. So, Steinfluch. Wir brauchen definitiv mehr Steine. Kann sie da kann vom einen Seite zum anderen. Das heißt, da muss man mit Pios hin. so wie sieht es killtechnisch aus 30 zu 8 also mit dem verhältnis könnte man fast leben aber es kann sein dass sich damit das ziel von 700 auf 800 verschiebt aber wir machen ja gleich noch ein bisschen kampfkraft hoch und dann geht das so bringt man schön die boote hierhin ist die historischen kompatibel mit siedlers united genau du brauchst dafür brauchst du auch die history edition bei siedler 3 kannst du die gold oder die history edition nehmen da wird nämlich auf die history edition einfach auf die gold edition gedowngradet sozusagen und dann geht auch crossplay soviel ich weiß weil der netcode von von der siedler 3 history edition war einfach für'n arsch oh hallo so hallo kohle das ding ist seine friedens zauber zählt nicht als kill das ergibt sogar noch sinn dass das nicht als kill zählt weil die soldaten sind ja nicht tot die sind ja wirklich einfach nur wieder zu trägern geworden so jetzt langsam kommt das kommt das ding ist die kohle kommt wieder ins rollen das schwarze gold sozusagen wo apropos schwarzes gold ich freue mich auf frostbank 2 hallo wenn die wenn das letzte red nicht immer selber leute anfordern würde 30 zu 8 ja 64 zu 13 das ist voll okay wir haben auch keine axt lazareth ist auch ein spezielles teil ja also wie gesagt ich finde das müsste ich finde das müsste halt in der lage sein mehrere soldaten gleichzeitig zu heilen damit das konkurrenzfähig ist vor allem mit dem land mit den sannis weil die sind einfach viel angenehmer und lazareth also siedler 5 würde ich halt sagen dass das lazareth ist sehr schnell unterdrückt also wenn du das an die frontlinie setzt dann ist dem auch egal wie viele wie viele türme da sind das wird nicht arbeiten okay ja die kai hat ein bisschen über übertreibt ein bisschen mit ihrer produktion also wenn die kai wirklich angreifen würde dann hätten wir ein bisschen verloren siedler 5 gibt es an lazareth nicht in das erweiter könige sondern in dem entwurf den ich mache komm wir können mal ein bisschen von dem holz umwandeln und dann mal anfangen ein bisschen zu investieren wir haben ja jetzt stein im überfluss also Commissioner Ja, da geht es los. In große Häuser kann man bei der Gelegenheit immer auch investieren. Huch, das hier ist ja noch gar nicht besetzt. Nice, dass das so deutlich dem herkommt. Ja, das ist halt auch ein Fix von United, um den Lager-Bug zu umgehen. So, 82 Prozent. Ich bin mal gespannt, wo wir gleich dann sein werden. Okay, das ist schon ein bisschen sehr schmal hier. So, 64. 64 zu 13. Ich habe nicht mal was in diesem Blumengold ist. Also, die Knospen hier oben werden wahrscheinlich nicht aus Gold sein. Ja, aber gute Hämer halten ewig. Ja, hallo, die Werkzeuge und Waffen in Siedler, das ist alles Wertarbeit. So, ich werde das auch mehr sehen. Da kommen sie. Es werden aber auch immer mehr. 100 zu 20. Das ist noch nicht so geil. Das stimmt aber auch was nicht. Ich glaube, dass es nur so wenige Kills gegeben hat. Okay, der hat er jetzt bekehrt. Aber das zählt nicht als Kill. Das zählt als unser Kill dann. Eigentor. Okay, Moment. Da habe ich ein bisschen... Ein bisschen Störgeräusche auf dem Kopf. Aber die werden... Gut, ich weiß auch nicht, wie lange die noch halten werden. 145 zu 23. Das klingt okay. Vor allem, wenn unsere Kampfkraft dann gleich anfängt, hochzugehen. Quellen wir finden oben. Und dann... so kann ich ans baustellen damit krass wir sind nicht am baustellen limit 5,7,10,13,15,18,21,24,27 ok wir hatten über 30 baustellen aber gut vielleicht zählen sie halt nicht mehr wenn sie planiert sind ach so seltsam mit dem hardcap weil ich habe es auch auf metzelkarten meine ich getestet und da gab es auch das limit von 30 ich habe es glaube ich habe das bei 19 das spiel schon gesagt hat keine weiteren baustellen bitte ok jetzt haben wir 113 prozent so gucken wir doch mal was uns das spiel noch an an baustellen so rein machen lässt hier weil mindestens mal fünf sets werden wir schon brauchen hmmm so 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 wenn sie nicht wüsste dass sie da durchlaufen würde ich ja grad ein paar blasfrohr schützen und so platzieren von hier oben kam glaube ich noch keine so 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 Feuerschein hier so Gesichter drauf haben, so Masken. Okay, ja wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Aber hierfür kämpft man doch gerne, ne, für diese komplett random Ansammlung an irgendwelchen Dingen. 140, ich hoffe mal, dass das reicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte schon sagen, wollt ihr nicht mehr angreifen? Doch, da kommt ihr. Hallo? So. Und wir fangen die mal ab, weil wir haben jetzt eh 140% Kaka, wenn wir rausgehen. So. 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 Ich frage, werden die Angriffe dann auch noch ein bisschen häufiger? Wenn das die Angriffe sind, dann dauert das ein bisschen. 220 zu 42. 2. 2. 3. 6. 6. 7. 9. 11. 11. 12. 13. 15. 16. 147 Prozent. Ey, Bros, bitte. Das geht nicht. 278. 52. 218. 459. 509. 509. 2504. 559. Ja, da haben wir einige im Moment Probleme. Das geht später auch mit Ubo. Kannst du Ingame dann einstellen? So, mit 158% KK sollten aber 7 Blasrohr schützen, aber auch dann die Schwertkämpfer gut wegsnacken. So, kommt auch jemand? Ubisoft Disconnect. Wenn es nicht zu wahr wäre. Okay, anscheinend kommt da noch nichts. Kommt jetzt jemand? Kommt schon langsam, muss aber doch mal hier jemand sein. Komm, 7 Treffer müssten genügen. So, das heißt wir farmen da mal noch ein paar Kills ab. So, und danach haben wir auch unsere 150 KK voll. 300. Oh, und da kommen noch mehr. Ja, zaubert meine Soldaten ruhig weg, die zählen ewig als Kills. 412. 82. Also mit der Rate können wir es sogar zum ersten Ziel schaffen. So, 150 KK haben wir auch. So, die schicken die ganze Zeit ihrer L-Einsatz zum Sterben. Heißt, der kann auch ruhig noch ein zweiter Dieben. Das ist natürlich auch ein zweiter Das werden. So, noch mal hier und also von inability zu verlieren. So. Jetzt ist es eigentlich nur noch ein Wartespiel, würde ich mal behaupten. Warten im Garten. Kommt schon, mehr Kills. Ich glaube, der Angriff hat nicht mal gezählt. Mehr Kills. Das Traurige ist, wir könnten nicht mal jetzt mit dem Priester hier auf Ja gehen. Mit dem Bogen schützen, weil der Zauber zählt ja auch nicht als Kill. Also wenn die nicht langsam mal ein bisschen den Zahn zulegen. Also ich finde 500 Kills hätten wahrscheinlich als Ziel auch genügt. So, bros. Mein Body ist ready. Ihr könnt angreifen. Aber bitte der Reihe nach. So. 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 Und wo bleibt der eine, der jetzt noch Pionier werden will. Spiel Hallo So, jetzt hier kommt Obert mal das Gebiet da Okay, 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 okay Und die Diebe müssen jetzt gehen What? Warum lauft ihr den Arm hinterher? Oh, hallo Ey, was soll das? Warum müsst ihr den jetzt wegsnacken? Ach, Leute 548 Ja, killt sie ruhig mit Zaubern Das zählt halt nicht für eure Kills Okay, ja, aber hier haben wir uns einfach eine eigene Siedlermauer geschaffen Und da kommen noch mehr 585 237 Das ist Untertitelung des ZDF, 2020 So, 153 zu 668. Kommt schon. Ein Angriff noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, ihr wollt alle noch nicht zu uns kommen? Na komm, der Kevin darf spielen kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, hallo! Keine Ahnung, was ihr wieder für Umwege geht, aber soll mir recht sein. Na, dauert es nicht, was ich wieder einloggen kann bei Ubisoft Connect? Keine Ahnung. Wenn die ein Problem haben... Schwer zu sagen, aber es sollte eigentlich nicht so lange dauern. Genau, bekehrt meine Leute, damit es noch mehr Kills gibt! Jawoll! Okay, das hat sich ja gar nicht so lange gezogen jetzt. Also, eine Stunde in Echtzeit. Ja, hier, guckt euch das an. Haben wir noch schön hier mit dunklem Land gearbeitet. Auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite... Ja, Sonnenblumen, wie sonst was. Nice. Nice, nice. Äh, das reicht dann aber auch für heute Abend. Das heißt, ich habe wieder zwei... Also, zwei Missionsguides im... Äh, wie heißt es? Anyway. Den einen mache ich dann wahrscheinlich morgen und den anderen nächste Woche. Aber dann mache ich halt jetzt die Aufnahmen immer an einem Abend. Dann kann ich nämlich den Donnerstag anderweitig nutzen. Äh, ich würde sagen, wir schauen mal noch, wen wir noch raiden können. Und wir malen jetzt das, nächste Woche fest. So ist ab, wenn du noch mal neu raus Tir rag Ich würde den Donnerstag möchte, hinter mir gerade mit einem